So meine Damen und Herren, nach der traurigen Folge von gestern, nach der, nach, nach gestern, ja, ich weiß nicht wann der Folge rauskam, nach der Trennung von Tali und Menzi, haben wir außerdem noch ein Teenage schon ins Haus bekommen, hört sich ein bisschen komisch an. Ja Menzi grillt mal eine Runde, äh, Hamburger, Tofu, Bruder, 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 ich weiß nicht, ob ich einen Tofu esse, ähm, sie ist glücklich, äh, du sollst mal ein bisschen danach trainieren, du sollst ein sportliches Mädel sein, deswegen, gucken wir mal, was jetzt für Schönes passiert, also Menzi schwimmt nochmal eine Runde, obwohl eigentlich kochen soll, sie schläft jetzt eine Runde, oh, oh, ganz ruhig, ganz ruhig, oh, sie hat's, das sind häufig energie geladen okay dann haben wir noch ein energie klar das regnet daher danach soll sie mal bitte was kochen auch wenn die angst hat dass die kirche brennt machen danach geht es noch mal nachdenklich was mit menschen sie ist ja sie schläft sie ist auch wenig energie menschen schläft also geht schlafen danach das ist gut so danach sollte was ach so das soll jetzt grillen genau und danach soll er mal bitte noch duschen hat die kochfähigkeit davor so ist das natürlich auch essen portion nehmen ach so sie stinkt ich wollte gerade sagen steht das essen schon sieben übrig acht übrig ja warum wir noch in der kirche kennen keine dings nicht zum abwaschen so schlafen alle bis tali erwacht als erstes glaube ich sie war auch zu dem ersten okay sie geht ja jetzt zuerst duschen oh la la sweet sweet sowieso mal spannend wie es überhaupt ankommt danach soll sie mal bitte noch mal nicht gleich machen bis jetzt können wir uns kein richtiges bett leisten für sie diesen menschen aus mann wenn sie ist hungrig er soll auch danach was essen portion nehmen ja wenn sie es liegt der darf noch mal sieht eine ganze rest aus was tun die teilen auf dem freunde fitness kam und zwar was ach so wir müssen noch zocken hier video spielen sie noch spielen was sind zwar war so mental die munter ist was sollen die machen sie hat hunger äh portion nehmen wie lange ist die noch traurig immer noch zwei tage alter das soll sie mal die fühle blocken weil es gibt so irgendwie punkte was auch anzeige lesen alles klar viele blocken so ist jetzt immer noch mal portion nehmen das war mal ein bisschen vorspringen tani maus hat die schreibfähigkeit erlernen ist nice so stopp sie dafür stimme auf wir haben nämlich jetzt ein schönes bitlein schlafen kannst jetzt mal so richtig schön ausschlafen dann gucken wir mal was sonst noch passiert ich bin sowieso gespannt das video muss sich eigentlich relativ viel schneiden obwohl ich keine lust dazu habe deswegen muss es hier verbessert es kann auch menschen menschen kann auch bestimmt verbessern doch tuning teile drin verbessern wasser strom regulierer verbessern ja verbreitest man das hier noch bei diesen traurig ey hört doch mal auf zu weinen es geht ja richtig auf den sack ey so also sie kummer hotline kummer hotline anrufen wenn sie soll sich ausheulen wenn sie ist dann soll bitte aufs klo gehen was macht tali tali geht jetzt aufs klo danach soll sie sich ein gericht nehmen nach kanals schauen und zwar comedy vielleicht damit es spaß hat wenn das nicht hilft dann lassen wir es mal äh so äh hat das jetzt funktioniert äh beruf video abgeschlossen gut okay äh wir gehen in zwei tagen zur arbeit dann räumen wir mal bitte das hier alles weg aufräumen weg legen wohni essen aufräumen äh nach essen wühlen ja ich weiß nicht im fressakt bin aber so sehr bin ich im fressakt dass ich nach essen wühle ähm ähm ah ja tali ist doch musikerin äh äh bitte schreiben musik üben ja hier denn üben musik äh üben was blasenversagen oh 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 da muss ich ja dann geh mal dringend wenn sie schickt ich mal oh sie hat sich auch mal auch nein tali oh ja das sollst du dann selber wegwischen und danach geht's mit duschen oh bist du eklig so gitarre spielen ja danach soll sie gitarre spielen üben so wenn sie du stehst so ohne Grund da was hast du ein schnell mal schnell mal zeit naja wir können ja nicht was großes essen wir können ja was großes kochen ich war noch mal grillkäse äh äh familiengröße machen ja was achso so das ist ich das interessiert mich jeden schweiß scheißrecht was da um passiert aber das wichtig ist dass tani irgendwann mal hier aufwascht jo äh äh reinbitten lustig vorstellen grob vorstellen Freunde die vorstellen so und das war's ja wenn sie ist dann voll uh so wie ich möchte nehmen so läuft es natürlich ab bei mensi so jetzt sind alle wieder wach alle sind wieder lustig drauf alle wollen irgendwie was machen was war denn der kunde hier und zack der tschüss teilen achso sie geht arbeiten oh nein sie hat nicht oh so hören oh ziemlich fresh ich muss doch sagen dass du die second noch was ja ich nehme mir doch immer wieder Zeit obwohl ich nie weiß was mit dir los ist ähm was ist mit mensi mensi hat carom energie ja gut ok ähm ungewohle da hilft duschen Olivia hat einen schminner was Olivia ist eine spinnerin Olivia ist aber toll sie ist keine spinnerin so leute aber ich glaube mal ich weiß nicht was ich machen soll ist das mal so die langweile bei bei sims äh sie ist konkret ne dann mach man mach man sie munter die beiden sollen zusammenbekommen obwohl es ist komisch wenn wenn sie mit einem Teenager so zu kommen zusammenkommt da kommt jemand wo die sie hat einen dicken Bauch oder täuscht das äh lustig nie freundlich äh wundern ausdrücken an schocker reinlegen ne ich glaube das mag man sie nie sagen Olivia hat kommen die äh 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 was ähm wo Interessen reden n witzig über Vampire reden wo Tichtelmechlefrau oh 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 Tichtelmechlefrau man 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 nein ich bin keiner zu wenig aber Leute ich glaube ich lasse es heute meine Mäuse sind auch wieder munter ich muss sie jetzt gleich füttern und ich muss auch bei mir auch neue Sachen und dann Leute dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Zeugt euch Menzi Ciao Ciao